Der Recaro Young Sport schützt Ihr Kind bei jeder Autofahrt, abzögert dem 9. Lebensmonat. Bis zum Ende der Kindersitzpflicht mit 12 Jahren. Der Kindersitz ist gruppenübergreifend von 9 bis 36 kg. Ein innovatives Sicherheitspaket und verschiedene Anpassungen an die Körpergröße Ihres Kindes sorgen für Rundumschutz. Die Kleinen der Gruppe 1 werden mit dem integrierten 5-Punkt-Gurtsystem zuverlässig fixiert. Über die zentrale Gurtlängenverstellung können Sie die Weite optimal einstellen, ohne den Z-Versteller zu drücken, sodass die Gurte nah am Körper anliegen, aber keine Druckstellen hinterlassen. Mit zunehmender Körpergröße entfernen Sie zuerst den Sitzverkleinerer, den Sie über die Druckknöpfe lösen und nehmen dann weitere Größenanpassungen über den gelben Knopf an der Rückseite vor. Der Kindersitz wird mit dem Fahrzeuggurt auf der Rücksitzbank befestigt. Dafür öffnen Sie die Gurtklemme, ziehen den Diagonalgurt hinter dem Bezug der Kopfstütze bis zum Gurtschloss und legen den Beckengurt neben die roten Gurtstraffer am hinteren Teil der Sitzfläche. Nachdem Sie die Gurte noch einmal gestrafft haben, sichert die Gurtklemme die Position ab. Dank patentiertem System können die Gurte auch bei geschlossener Klemme nachträglich festgezogen werden. Bis ca. 15 kg, das heißt solange Ihr Kind mit dem integrierten Gurtsystem abgesichert wird, darf der Sitz in der Neigung verstellt werden. In der Ruheposition kann Ihr Kind bequem nach hinten gelehnt schlummern und der Kopf bleibt immer in der sicheren Zone der Kopfstütze. Für die Altersgruppe 2 und 3 wird das 5-Punkt-Gurtsystem hinten gelöst und entfernt. Ihr Kind wird dann ebenfalls mit dem fahrzeugeigenen 3-Punkt-Gurtsystem gesichert. Der Beckengurt verläuft durch die Gurtführung der Armlehne und klickt im Gurtschluss ein. Den Diagonalgurt ziehen Sie durch die Führung an der Kopfstütze, die Sie für eine optimale Größenanpassung in drei Stufen nach oben ausziehen können. So passen Sie zusätzlich den erweiterten Seitenaufbreisschutz an die Körpergröße Ihres Kindes an. Aber auch der Komfort kommt nicht zu kurz. Der ergonomische, gerillte Formschaum aus der Automobilindustrie sorgt für Sitzkomfort und ermöglicht die Luftzirkulation unter dem besonders atmungsaktiven Bezug. Die weiche Mikrofaser mit Schmutz- und fleckenabweisenden Eigenschaften können Sie bei 30 Grad in der Maschine reinigen. Die Maschine Die Maschine